Achtung, wichtiger Hinweis. Free Truth Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, den Gesundheitsämtern, der Bundesregierung sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegung nehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Medien. So möchten wir die Verbreitung von Fake News unterbinden. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Herzlichen Dank. Hallo zusammen, es ist Dienstag, der 2. März. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und wie gewohnt für euch. Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland. Positiv getestet 2.451.011 Personen, gesundet 2.264.600. Verstorben an oder mit Covid-19 70.463. Hospitalisiert heute Stand 12 Uhr, 2.848. Das macht minus 14 zu gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 115.948. Und dann haben wir ein Minus von 5.515 zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,13%. Und ihr wisst, das heißt natürlich 99,87% aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Der R-Wert liegt bei 1,01. Hier haben wir Stand 1. März. Und die 7-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland liegt bei 65,4. Wir schauen weiter nach Bayern. Positiv getestet 438.050 Personen, gesundet 408.200. Verstorben an oder mit Covid-19 12.429. Hospitalisiert heute Stand 12 Uhr, 454 und haben wir 7 weniger als gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 17.421. Und das macht ein Minus von 998 zu gestern. Im Prozent liegen wir auch in Bayern bei 0,13%. Das heißt 99,87% aller Bewohnerinnen und Bewohner im Freistaat Bayern, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Freistaat Bayern liegt bei 65,6 laut dem Robert-Koch-Institut vom 2. März. Da schauen wir jetzt auch gleich hin. Wie schaut es mit den Genesenen aus heute in ganz Deutschland? 9.100 Personen genesen in den letzten 24 Stunden. Und da gegenüber stehen 3.943 neue positive PCR-Tests. In Bayern sind in den letzten 24 Stunden 1.300 Personen genesen. Und da gegenüber stehen 442 neue positive PCR-Tests. Und der gewohnte Blick auf die Belegung der Intensivstationen. Hier haben wir heute 2. März Stand 12 Uhr aus dem Diwe-Intensivregister. Der Anteil der Covid-19 Patientinnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir heute in Bayern bei 13,4%. Hier sieht man Rückgang zu gestern und im Nachbarland Baden-Württemberg bei 9,9%. Auch hier ein Rückgang. Das waren die Zahlen aus Deutschland und Bayern. Und wir schauen in die Regionen. Und der erste Stopp natürlich wie gewohnt in Kitzingen. Heute Stand 2. März. Positiv getestet 2.220 Personen. Gesundet 2.056. Verstorben an oder mit Covid-19 77. Und momentan werden in der Region Kitzingen wird eine Person intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegt. Ja und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Kitzingen 87. 82.2 mehr als gestern. Aber im Prozent ändert sich nichts. Wir liegen immer noch bei 0,09%. Und das heißt natürlich, dass 99,91% aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region Kitzingen zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen sind. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Kitzingen liegt bei 59,2. Und wir schauen weiter nach Schweinfurt. Positiv getestet 4.873 Personen laut dem Robert-Koch-Institut vom 2. März. Gesundet 4.629. Verstorben an oder mit Covid-19 170. Und momentan werden in der Region Schweinfurt 6 Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Ja und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Schweinfurt 74. 5 weniger als gestern. Und im Prozent bleibt es auch unverändert bei 0,04%. 99,96% aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region Schweinfurt. Zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Schweinfurt liegt bei 41,6. Das war Kitzingen-Schweinfurt und wir schauen weiter. Der nächste gewohnte Stopp in Mildenberg. Heute aktuell 2. März. Positiv getestet 4.260 Personen. Gesundet 4.034. Verstorben an oder mit Covid-19 112. Und momentan wird in Stadt- und Landkreis Mildenberg 14 Personen stationär behandelt, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und von diesen 14 Personen werden 3 Personen intensivtechnisch versorgt. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Mildenberg. 114. Haben wir 10 weniger als gestern. Und im Prozent liegen wir bei 0,08 Prozent. Was natürlich auch hier heißt 99,92 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Mildenberg. Zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Mildenberg liegt bei 50,5. Und wir schauen weiter nach Mainz-Bessart. Positiv getestet 3.201 Personen. Gesundet 2.939. Verstorben an oder mit Covid-19 186. Und momentan werden in der Region Mainz-Bessart 16 Personen stationär betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen, aber keine Person auf der Intensivstation. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in der Region Mainz-Bessart. 76, 7 weniger wie gestern. Und im Prozent liegen wir hier bei 0,06 Prozent. Heißt also 99,94 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region Mainz-Bessart. Zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Mainz-Bessart liegt bei 30,9. Und wie gewohnt der letzte Stopp im Main-Tauber-Kreis. Positiv getestet 3.238 Personen. Gesundet 3.064. Verstorben an oder mit Covid-19 66. Und momentan werden in der Region zwei Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in der Main-Tauber-Region. 108, sechs mehr als gestern. Ab dem Prozent liegen wir auch hier noch bei 0,08 Prozent. Was natürlich heißt 99,92 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region. zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Main-Tauber-Kreis liegt bei 53,6. Laut dem Robert-Koch-Institut vom 2. März. Das waren die Zahlen für heute. Und wir schauen weiter. Ja, und es ist der Tag natürlich vor der Ministerpräsidentenkonferenz morgen. Es kommen immer mehr Meldungen. Aber wir bleiben heute mal noch ganz entspannt. Und die tollste Meldung, die ich habe, jetzt wird auch die Polizei angefangen zu impfen. Und zwar in Bayern mit dem natürlich besten Impfstoff, der momentan in Bayern zur Verfügung ist, nämlich AstraZeneca. Und ja, also ich bin mal gespannt. Es werden zuerst die Streifenpolizistinnen und Polizisten und die Hundertschaften geimpft. Und ja, mal schauen, wie viele davon dann noch fit sind am Wochenende auf den Demonstrationen, die Maskenpflicht zu kontrollieren. Und vielleicht haben sie dann mal nicht so Flausen im Kopf, denn ihr habt es gelesen vielleicht, da sind doch tatsächlich acht Polizisten in eine Wohnung gestürmt, weil ein Mann mit seinem Kumpel gekocht hat. Ein Großeinsatz in Essen. Ja, das ist der neue Auftrag der Polizei. Und schauen wir mal, wie es euch nach der AstraZeneca-Impfung geht. Ja, wir kennen die Zahlen. Und der Anästhesie-Präsident warnt von neuen Engpässen auf die Intensivstationen, gerade aktuell. Aber wir haben es ja jeden Tag im Blick, dass sich da wirklich alles nach unten verändert. Also wenn man es sieht in Baden-Württemberg, 9,9 Prozent der Patientinnen und Patienten, die dort liegen, liegen dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus. Also wenn wir aufrunden, 10 Prozent. Das heißt, 90 Prozent der Intensivbelegungen sind von ganz normalen Patienten, in Anführungsstrichen, die dort mit anderen Krankheiten untergebracht sind. Und davon lebt ja auch ein Krankenhaus. Aber hier wird schon wieder gewarnt von einer neuen Menge und Welle. Und dass es eben alles schon wieder so schlimm ist. Und ich sage mal, Anästhesie-Präsident, der Herr Frank Wappler. Mensch, hört auf mit der Panik. Denn es gibt genug, die sich momentan winden wie Aale. Und da gehört die WHO dazu. Die meldet auch glatt heute Nacht um 0.44 Uhr. Das Ende der Corona-Pandemie in diesem Jahr ist unrealistisch. Da habe ich mir gedacht, wie bitte? Da war doch irgendwas und es ist doch noch gar nicht so lange her. Also vorneweg, die Gesundheitsorganisation hält am Ende der Corona-Pandemie noch in diesem Jahr für unrealistisch. So die Aussage um 0.44 Uhr. Und jetzt schauen wir mal, was die vor einer Woche gesagt haben. Ja, vor einer Woche noch Pandemie schneller vorbei als gedacht. WHO-Experte sagt baldiges Corona-Ende voraus. Dazwischen liegt knapp eine Woche. Und eine Woche einmal so und einmal so. Leute, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, es tut uns leid. Aber jetzt ist natürlich wieder so. Letzte Woche ein bisschen Entspannung. Und diese Woche wieder die Panik nach oben. Weil man natürlich merkt wahrscheinlich, dass die Impfung so schleppend vorangeht. Und deswegen sagt man, nee, das wird dieses Jahr auf gar keinen Fall. Damit vielleicht die Leute motiviert werden zu impfen. Meine persönliche Meinung. Und wenn man schon so bei diesen ganzen Chaos-Meldungen und schlimmen Meldungen sind, dann darf natürlich das RKI nicht fehlen. Und ich habe heute nur mal so einen Überblick aus der Welt rauskopiert. Sorge vor dritter Weltwelle. Das Virus hat einen Boost erhalten. Boah, Hammer. Je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden auftreten. Aha, warum impft ihr dann? Es wird noch Monate dauern, bis so viele Menschen geimpft sind. Vielleicht wollen wir uns gar nicht impfen lassen. Also man sieht hier drei Meldungen. Alles auf Langzeit und auf Schlimm und auf Oje, Oje, Oje. Wir lassen uns da drauf nicht mehr ein. Versprochen. Sollten wieder mehr Freiheit bekommen. Das ist meine Überschrift heute. Denn die Gesundheitsminister diskutieren jetzt, wie die Regelungen im Altenheim oder in den Pflegeheimen auszuschauen haben. Also die Gesundheitsminister der Länder wollen die Besuchseinschränkungen in Senioren und Pflegeheimen lockern. Den Menschen dort sollten nach Corona-Impfungen wieder mehr Freiheiten eingeräumt werden, teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek mit. Nach Beratung mit seinen Amtskollegen. Der Vorschlag geht nun an die Ministerpräsidentenkonferenz. Also die Gesundheitsminister beraten das und schicken das jetzt zu den Ministern. Und morgen wird dann entschieden, wie man mit denen, also liebe Leute, die sind doch geimpft, die Menschen in den Pflegeheimen mussten in den vergangenen Monaten viel zurückstecken. Ja, absolut. Und mir ist es wichtig, dass niemand in den Einrichtungen vereinsamt. Ha, 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 holecek. Da kommen es aber ein bisschen spät drauf, weil die sind schon seit letztes Jahr im März vereinsamt. Und die sind jetzt geimpft, ihr habt sie in die Prio 1, da seid ihr mit euren Impfteams eingerückt und jetzt diskutiert ihr über die Erleichterungen. Also ihr habt versprochen, geimpft, Freiheit, haltet euch dran. Und Österreich macht es vor, wer es vielleicht gestern gesehen hat, der Kanzler Kurz, der möchte jetzt eröffnen, die Biergärten und so weiter, in Vorarlberg geht es los. Aber was ganz wichtig ist, er zielt drauf, dass die Lockerungen immer mit einem Zutrittstest kommen. Also die spielen bei denen in Österreich eine zentrale Rolle. Und er sagt natürlich auch, dass die das irgendwie digitalisieren. Und ihr wisst ja, der hat ja diesen grünen Pass von Israel so gelobt und den möchte er für Österreich auch haben. Und da ist schon die Digitalisierung beim Zutritt, also ich brauche entweder einen Test oder eine durchlebte Corona-Erkrankung oder eine Impfung, zumindest in Österreich. Und jetzt kommt der Herr Laschet heute Nacht um 0.35 Uhr die Meldung und sagt, Laschet fordert vorsichtige Öffnungsschritte. Okay, soweit ganz gut. Aber er sagt natürlich, es müsse da sorgfältig abgewogen werden. Und was aber ganz speziell ist, der letzte Satz, es fordert eine vorsichtige Öffnung mit einer ganzen Breite von Schutzmaßnahmen und im besseren Einsatz digitale Möglichkeiten. Hört ihr da was klingeln? Also Österreich digital, Deutschland digital. Und der Herr Söder hat doch auch schon irgendwas gesagt von einer App, wo man seinen Test einliest. Naja, schauen wir mal weiter. Und dann kommt jetzt die digitale Datenerfassung. Nämlich die Forscher von, also Forscher und IFO-Chef Öffnungen mit mehr Tests absichern. Und auch die schreiben in ihrem letzten Satz, Öffnungen etwa der Kultur- und Dienstleistungsbranchen sollten an Antigenschnelltestkonzepten, angepassten Hygieneplänen und digitalen Datenerfassungen geknüpft werden. Aha, jetzt ist wieder eine Verschwörungstheorie weg. Die totale Überwachung. Denn jedes Mal, wenn ich jetzt wo reingehe, werde ich digital überwacht. Alles wird erfasst. Das heißt, die wissen genau, wo, wann du bist. So mal schnell Schuhe kaufen, ohne sich digital zu erfassen. Und ohne natürlich einen Schnelltest oder eine Impfung. Nicht mehr möglich in Deutschland. Und wie soll das denn funktionieren? Und jetzt kommt immer so mehr die Katze aus dem Sack. Ich bin morgen wirklich sehr gespannt, was rauskommt. Aber das Gesundheitsministerium will allen Bürgern bis zunächst zum 30. Juni zwei kostenlose Schnelltests pro Woche anbieten. Dafür sollen weitere Testzentren aufgebaut werden. Und das Krasse ist, das kostet 540 bis 810 Millionen Euro, die wir bezahlen. Diese Teststrategie, was die jetzt da vorlegen. Und dann natürlich nur bis zu dem 30. Juni. Die Frage ist, was kommt danach? Wir sind gespannt. Es wird alles morgen diskutiert. Auch das ist morgen in dem Papier dabei. Und ja, da schauen wir mal, wann und wo die digitalen Tests, beziehungsweise die Tests überhaupt in das Digitale erfassen, alles dann seine Form annimmt. Schauen wir mal. Und wenn man es dann, ja, ich weiß, aber es ist einfach schlimm, weil der Karl Lauterbach ist wie so ein Pickel. Wisst ihr das, wenn man jemandem gegenübersteht und er hat einen Pickel? Man will nicht hinschauen, aber man schaut trotzdem immer wieder hin. Und bei ihm ist das auch so. Und komischerweise seine Bemerkungen, die er immer irgendwo in Twitter oder so raushaut, die kommen alle. Der hat jetzt wirklich doch das nochmal im Twitter ein bisschen ausgeführt. Also in Betrieben und Schulen wird einmal die Woche ein Antigentest durchgeführt. Am Tag des Tests darf man in Geschäfte mit Vorlagen der Bescheinigung einmal einkaufen. Wer weder in Schule noch Betrieb getestet werden kann, geht zum Testzentrum. Okay, so macht man aus Not Tugend. Öffnungen werden Anreiz für Testungen. Ah, der Einfluss von Karl und die Belohnung für die Testwilligen. Also jetzt kommt es dann wieder so raus. Also wenn du dich testen lässt, hey, dann darfst du einkaufen gehen. Wenn du dich nicht testen lässt, dann bleibst du zu Hause. Ja, aber es ist leider kein April-Scherz. Er meint das wirklich ernst. Und wenn dann genug Antigentests verfügbar sind, wird die Testung auf zweimal die Woche ausgedehnt. Dann kann man an zwei Tagen in die Geschäfte. Wow. Also Karl, Respekt. Mit der Strategie sinkt der Ehrwert unter 1 selbst für B.1.1.7. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie viele Tests wollte das Gesundheitsministerium? Aha, zwei. Und er sagt zweimal die Woche. Merkt ihr was? Da kommen immer die Parallelen. Den Typ nimmt man eigentlich nicht für voll, aber irgendwie was er raus hat, wird irgendwie in der Regierung dann doch wieder aufgenommen. Also ihr seht der Trend zweimal testen, zweimal einkaufen, einmal testen, einmal einkaufen. Vorausgesetzt, ihr seid natürlich negativ. Wenn ihr euch nicht testen lassen wollt, wird es leider schwer. Und es gibt so Städte, wie jetzt zum Beispiel hier in Münster, die haben seit Wochen die niedrigsten Infektionszahlen. Und da schreibt heute die Welt, wo selbst größte Disziplin keine Freiheit zurückbringt. Ja, die haben sich alle dran gehalten und jetzt ist alle Werte sind nach unten und sitzen immer noch im Lockdown und haben keine Vorteile davon. So schränkt man uns ein. Hm. Und Punkt 12 Uhr heute. Also es war krass, weil um 12 Uhr kommt die Meldung, Lockdown soll grundsätzlich bis 28. März verlängert werden. Das war die Meldung heute. Ich frage mich immer, wie sowas durchsickert. Also die Merkel sitzt mit denen jetzt zusammen, die wollen das ja alle morgen erstmal beraten. Und da habe ich mir heute so ein Szenario vorgestellt, wie das sein könnte. Also da gibt es dann die Merkel mit ihren Adjutanten, Sekretärinnen, Sekretären, aber das ist jetzt nur von mir gesponnen. Also bitte, dass ihr jetzt da denkt. Und dann sagt die Merkel zu ihrem Adjutanten, hey, ich glaube, wir geben denen da draußen mal ein Zuckerl für morgen. So, ähm, gib doch irgendwann mal so ein Spezi von irgendeinem Medien-Dings, äh, ein Tipp. Also so bis zum 28. verlängern wir den Lockdown. Und dann sagt er zu seiner Chefin, ach Mensch, Angela, ja, das könnte ich machen. Du, ähm, die Bild-Zeitung oder BR24, ähm, die geben eigentlich immer ganz gut Trinkgeld dafür, dass sie da so vorab Informationen bekommen, ähm, dafür geht dann der nächste, äh, Einkauf im KDW auf mich. So, dann schmeißen die das Zuckerl raus. Heute kommt es um 12 Uhr, dass der Lockdown bis zum 28. März verlängert wird, obwohl die morgen erst beraten. Und wir wissen alles, was vorher irgendwie kam, ist dann am nächsten Tag auch wirklich eingetroffen. Und, ähm, dann sitzen wir morgen Abend, wahrscheinlich um 8, um 9, um 10 an der Bundespressekonferenz oder überhaupt, wenn die wieder rauskommen und dann sagen die, der Lockdown wird bis zum 28. März verlängert. Und dann sitzen wir dann und sagen, ja, ist ja nichts Neues, wissen wir ja schon seit gestern. Und so wird es schon wieder zur Normalität. Das könnte doch der Weg sein, wie die uns für blöd verkaufen. Denn sie sagen ja auch, sie lockern ein bisschen, ähm, inwieweit, naja, da wird spekuliert, dass zumindest die Blumengeschäfte aufmachen dürfen. Wäre ja auch schön für die Blumengeschäfte. Und wir gucken mal, weil, warum, warum, ach, und dann habe ich mich gefragt, warum 28. und nicht jetzt sofort? Und da erinnert ihr euch an die Diskussion, wie das mit dem Sparen und den Schnelltest waren, wie die Frau Merkel gesagt hat? Da wissen wir noch nicht genug darüber. Ich glaube, A, die haben noch nicht genug Schnelltests zur Verfügung oder sie wissen noch gar nicht, wie sie es digitalisieren sollen. Denn die App, die der Herr Söder für Bayern wollte, ist ja jetzt auch noch nicht da. Also von daher, ohne diese App kann man es nicht digitalisieren. Das heißt, die Leute müssten mit dem Teststäbchen dann immer beim Einkaufen drumlaufen und sagen, hallo, hier mein Test von heute Morgen. Dann sagt der Mensch da die Security, wieso heute Morgen? Vielleicht hast du es gestern oder vorgestern gemacht. Und das, also, ah, das, ich bin da. Naja, gut, schauen wir mal weiter. Und ganz toll heute. Gestern habe ich es nur gesagt, die Frau Merkel hatte die Aufforderung, sich mit AstraZeneca im Fernsehen zu impfen. Und daraufhin hat sie dann gestern Abend wieder zurückgerudert, weil ja, der AstraZeneca nicht für ihr Alter gemacht ist. Und jetzt kommt aber heute Frankreich und hebt die Altersgrenze für die Verwendung von AstraZeneca-Impfstoff an. Also die, bis zu 74 Jahre geht es jetzt nach oben. Und ich glaube, da ist die Frau Merkel doch mit drinnen. Und ja, sie möchte noch abwarten, bis sie dran ist. Das war jetzt so ein Statement gestern. Aber, hey, Frau Merkel, Sie sind systemrelevant. Und systemrelevante Menschen wie im Krankenhaus und Pflegerinnen und Pfleger. Also geben Sie jetzt damit zu, dass die Regierung nicht systemrelevant ist, wenn Sie sagen, ich bin noch nicht dran. Weil rein vom Alter her, glaube ich, es ist 66. Ja, und der war ja bis gestern nur bis 65 zugelassen. Also wegen dem einen Jahr hat sie da rumgemacht. Aber jetzt, wenn die Franzosen den auf 74 heben, wird ja wahrscheinlich bald die STIKO nachkommen, den auch anheben. Frau Merkel, auf dieses TV-Highlight würde ich mich echt freuen. Und wenn wir schon bei einem AstraZeneca-Impfstoff sind, dann vielleicht für alle, die das noch nicht so wissen. Also es gibt in Deutschland die sogenannte STIKO, die Ständige Impfkommission. Und die überprüft die Impfstoffe. Also die Europäische Kommission lässt die zu. Und die STIKO gibt Empfehlungen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und die prüfen dann auch die einzelnen Impfstoffe, die einzelnen Chargen. Und da ist ja dieser AstraZeneca-Impfstoff jetzt völlig in der Kritik. Natürlich unberechtigt, Zwinker. Und da habe ich ein Interview gesehen mit einem, der war früher mal Leiter der STIKO und war auch Leiter vom Gesundheitsamt in Köln. Und dem hat man darauf angesprochen, was er davon hält, dass der Impfstoff von AstraZeneca für gewisses Alter nur zugelassen ist und nicht für eine höhere Altersklasse. Hört euch mal an, was er dazu sagt. Ist spannend. Grüße ich Dr. Jan Leidl. Er war sechs Jahre lang der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, leitete über 20 Jahre lang das Kölner Gesundheitsamt und ist der Autor eines Buches über das Impfen, das in diesen Tagen in die Buchhandlungen kommt. Herzlich willkommen bei phoenix. Vielen Dank. Ja, beginnen wir mal mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Der ist in Verruf geraten, ein Impfstoff zweiter Klasse sei das, mit vielen Nebenwirkungen und dann auch noch weniger wirksam. Was ist da dran? Da ist eigentlich nichts dran. Alle Impfstoffe, die von der europäischen Zulassungsbehörde, der EMA, zugelassen worden sind, sind gut und können verwendet werden. Und diese Unterschiede, die da häufig so angesprochen werden, der eine 70 Prozent, der andere 90, das sind relativ irreale Zahlen, weil das Zahlen sind aus kontrollierten Experimenten und nicht die Zahlen aus dem wirklichen Leben. Also ich hätte überhaupt keinen Grund, mich nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen zu lassen. Aber Sie können und dürfen in Deutschland nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden, weil der in Deutschland nicht für über 64-Jährige zugelassen ist. War das denn eine weise Entscheidung? Die meisten anderen Länder in Europa machen es ja anders. Also zugelassen von der EMA ist er für oben offen. Aber die ständige Impfkommission, die STIKO, die empfiehlt ihn nicht für die über 64-Jährigen. Und zwar aus einem einzigen Grund. Es gibt zu wenige Daten darüber, wie die älteren Menschen darauf reagieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese älteren Menschen schlechter reagieren oder weniger gut oder was auch immer. Sondern es ist einfach nur so, wir wissen es nicht genau. Und da die STIKO sich seit 2011 verpflichtet, nur Empfehlungen auszusprechen, die wirklich auf einer Datengrundlage beruhen und nicht auf Meinungen und Vorstellungen, haben wir hier dieses Dilemma. Wir sind außer Italien das einzige Land, das so eine Grenze, Altersgrenze hat in Europa, meines Wissens. Und ich hätte auch kein Problem, als über 65-Jähriger mir diesen Impfstoff geben zu lassen. Jetzt hat die Kombination aus dem, dass der Impfstoff in Deutschland für 65-Jährige und Eltern nicht verwendet wird und dem etwas ramponierten Ruf dieses Impfstoffes dazu geführt, dass in den Impfzentren über eine Million Impfdosen von AstraZeneca sind, die nicht verimpft worden sind. Hm, hat der da gerade gesagt, dass ja also diese ganzen Unterlagen von den Testungen vorher völlig unrelevant waren, weil es war ja die Kontrollgruppe und nicht die große Mehrheit. Und hat er da gerade gesagt, dass ja seit 2011 die STIKO sich dazu verpflichtet hat, aufgrund von Daten Impfstoffe zu empfehlen und nicht aufgrund von bla bla bla. Sie wissen das nicht. Sie haben keine Ahnung. Aber er versteht es nicht, dass das jetzt nicht so gemacht wurde und dass die sich jetzt seit 2011 auf Daten berufen. Also es ist ein Dilemma, dass dann auch so viel Impfstoff noch übrig bleibt. Der war mal Leiter von dieser STIKO. Also da könnt ihr euch überlegen, wie der jetzige Leiter arbeitet. Also von daher, Mama mia. Und dann hat er auch noch mal in dieser Sendung eins herausgehauen. Und zwar geht es da um die Nebenwirkungen. Möchte ich euch nicht vorenthalten, weil laut STIKO oder beziehungsweise laut dem Paul-Ehrlich-Institut haben wir ja keine. Schauen wir uns mal an, was er zu den Nebenwirkungen zu sagen hat. Seid gespannt. Ein paar Wochen. Manche haben Angst vor den Langzeitwirkungen einer Impfung. Wie kann man denn die Langzeitwirkung einer Impfung beurteilen, wenn ein Impfstoff erst wenige Monate existiert? Es gibt diese Langzeitwirkungen im Grunde genommen nicht. Entweder treten die Nebenwirkungen relativ bald nach der Impfung auf oder sie sind nicht auf die Impfung zurückzuführen, wenn das zu lange dauert. Und ansonsten haben sie natürlich recht. Wir werden immer noch dazulernen. Denn tatsächlich kennen wir diese Impfstoffe ja erst verhältnismäßig kurze Zeit. Also Langzeitnebenwirkungen gibt es keine, weil die würden gleich nach der Impfung kommen. Und wenn sie später kommen, haben sie nichts mit der Impfung zu tun. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Was hat er noch gesagt? Und wir lernen. Ach so, aber was sollt ihr lernen? Weil es gibt ja keine, weil wenn, dann kommen die ja gleich nach der Impfung. Und nicht in ein paar Monaten. Also braucht ihr ja nichts zu lernen. Und den kennen wir ja erst eine kurze Zeit. Ja. Und schließt aber jetzt schon aus, dass es keine Langzeitwirkungen gibt. Leute, die lassen diese Impfstoffe zu. Und die Menschen da draußen, die in den Impfzentren Schlange stehen, vertrauen denen. Und die sagen solche Aussagen. Die müsst ihr euch mal. Und haben die das denn vergessen, was die damals gemacht haben? Ich muss euch noch was reinholen. Und zwar ist mir was aufgefallen. Damals gab es ja den Impfpass mit, also die Impfung mit der Schweinegrippe in Norwegen. Und da hat das Paul-Ehrlich-Institut damals schon eine Rolle gespielt. Und da habe ich nur so einen Artikel von 2009. Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass bei 37 Patienten allergische Reaktionen gemeldet wurden. 15 davon waren schwerwiegend. Nach Angaben der schwedischen Behörde haben es vier anaphylaktische Reaktionen gegeben. Und bei zwei Patienten sei eine Allergie auf Hühnereiweiß bekannt gewesen. Und da zumindest ein anaphylaktischer Reaktion. Und nach Angaben des in Deutschland für die Impfstoffzulassung ständigen Pi wurden in Schweden bisher 14 Millionen Dosen. Also das Paul-Ehrlich-Institut war damals genau auch an diesen Zulassung von diesem Schweinegrippe-Impfstoff zuständig. Und ihr wisst, Schweden bezahlt jetzt den Opfern dieser Spätfolgen eine Million. Und da war ja Narkolepsie und zwar bei Kindern, ganz extrem. Und ja, Pandemrix hieß das damals. War im Oktober 2009 in der Europäischen Union zum Schutz gegen das Influenza-A-Virus H1N1 zugelassen worden. Den Erreger der Schweinegrippe während der Influenza-Welle wurden fast 31 Millionen Menschen damit geimpft. Zurzeit wird der Impfstoff laut Paul-Ehrlich-Institut nicht mehr in der EU verwendet. Die möglichst schweren Nebenwirkungen des Impfstoffs seien zunächst aber nicht absehbar gewesen, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken. Das heißt also, die haben damals schon gesagt, alles super, der ist toll. Genau wie der Mann jetzt hat, also Nebenwirkungen, Langzeit wird es nicht geben. Dann kamen die, und zwar heftig mit dieser Narkolepsie, und dann haben die gesagt, ja, das konnte man nicht wissen, dass das jetzt kommt. Und jetzt müssen, oder jetzt zahlen zumindest die Schweden eine Million Entschädigung für die Opfer von diesen extremen Impfnebenwirkungen. Ja, und was soll ich dazu sagen? Ich finde, das ist krass, weil die Menschen reden sich jetzt so raus und verkaufen den Impfstoff da draußen, da passiert nichts. Und ohne es zu wissen, sonst hat es 5, 8, 10, 12 Jahre gedauert, bis ein Impfstoff auf den Markt kam, und jetzt kommt er einfach mal so geschwind. Und die Nebenwirkungen reden alle so, als würde es die nie geben. Und wenn jemand verstirbt, dann war es ja nicht die Impfung, sondern die Vorerkrankungen. Und wenn jemand in 5 oder 6 Monaten verstirbt, war es auch nicht der Impfstoff. Also da bleiben wir dran. Und ich sage euch eines, wir lassen uns nicht impfen. Und ich habe da noch was ganz, was aktuell ist. Jetzt muss ich mal kurz zurückgehen, weil das war noch vor der Sendung. Achtung! Um 14.15 Uhr Verwaltungsgerichtshof kippt Testpflicht für Pflegeheimmitarbeiter. Ja, und die Dame, die das angeschoben hat, kommt aus Franken. Und zwar aus Unterfranken. Die Pflegedienstleiterin eines Heimes in Unterfranken hatte einen Eilantrag gestellt. Nachdem dort nahezu alle Bewohner gegen Corona geimpft worden waren, hat die gesagt, hey, das kann doch nicht sein, dass wir, wie oft war die? Ich glaube, dreimal die Woche. Ja, genau, dreimal pro Woche mussten die sich testen lassen. Dann hat die gesagt, das geht ja wohl gar nicht. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind geimpft. Dann sind die ja geschützt. Warum sollen wir uns dreimal die Woche testen lassen? Und der Eilantrag ging durch. Und heute um 14.15 Uhr hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass es keine Testpflicht mehr für die Pflegeheimmitarbeiter gibt. Ich finde, es ist eine super Sache. Zumindest mal ein Zeichen. Also für die Leute da draußen, ihr seht, es rentiert sich doch irgendwie so Eilanträge und auch mal vor Gericht zu gehen, auch wenn es vielleicht immer schwierig ist. Das waren die Meldungen. Jetzt kommt noch was in eigener Sache. Und zwar, ihr wisst ja, unsere Button-Aktionen. Jetzt haben wir viele Anfragen bekommen und viele Themen. Und ich habe mich entschieden, nachdem wir die ja für uns alle machen und auch für euch, entscheidet doch selber, was gefällt euch für eine freie Impfentscheidung oder freie Impfentscheidung, Motiv 1, Motiv 2. Schreibt es uns kurz in die Kommentare oder eine E-Mail, weil dann machen wir jetzt noch mal eine neue Geschichte, weil manche sagen, ich möchte was, was ein bisschen dezenter ist. Nicht so ein Statement und nicht in irgendeinem Team sein, so wie jetzt hier, wo habe ich es hier? So wie unser, hier zeige es euch nochmal, das Team Impffrei. Die sagen, ach nee, das ist mir zu heftig. Wir möchten was, wo einfach wir ein Statement setzen und sagen, jeder soll seine Impfung frei entscheiden. Also vielleicht könnt ihr da was machen. Für alle anderen, wenn ihr Buttons bestellen wollt und mit uns ein Zeichen setzen wollt. Und es waren jetzt echt schon einige Anfragen und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Ich freue mich auch, wenn ich das nächste Mal draußen irgendwo unterwegs bin und der Erste mit meinem Button mir entgegenkommt. Ja, wird cool. Also E-Mail an freetruthmedia.gmx.de. Dann könnt ihr die Buttons bestellen. Und ja, ansonsten war es das zumindest mal für heute. Wieder ein bisschen mehr, aber ich denke, lauter wichtige Sachen. Hoffe ich konnte es gut für euch zusammenfassen. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt, was da morgen auf uns zukommt. Ganz herzlichen Dank an euch da draußen, die mich unterstützen. Ihr seid der Hammer und das motiviert mich auch. Eure tollen Mails, eure tollen Kommentare und auch die Unterstützung über die Geschenke, die ich mache. Ich finde es echt Hammer, weil da merkt man, es bedeutet Leuten was da draußen. Und mir bedeutet es auch was, wenn ich natürlich merke, das, was ich tue, kommt bei euch gut an und gibt euch Kraft. Denn ich sage ja immer wieder, zusammen kommen wir da durch. Und wenn auch ihr mich unterstützen wollt, schaut in die Kanal-Info. Da erfahrt ihr, wie es geht. Kommentiert, bleibt fair und sachlich. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann könnt ihr den natürlich abonnieren. Und was noch wichtig ist und was ich auch echt toll finde und was mir aber heute ein bisschen am Herzen liegt, noch ganz zum Schluss. Ich sage es uns immer, bleibt in der Mitte. Es ist nie so extrem, wie sie es uns melden. Da muss ich mich korrigieren. Doch, die melden uns so Mist und extrem und Panik und immer schlimm und so weiter. Deswegen heute einfach der Aufruf von mir. Bleibt in der Mitte. Lasst euch nicht spalten. Verbindet euch in unseren Gruppen. Es baut auch auf. Man tankt ein bisschen Kraft daraus, auch wenn man am Wochenende mal unterwegs ist und normal denkende Leute trifft. Und ich sage einfach jetzt ab heute, bleibt in der Mitte und bleibt zusammen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020